Einen Applaus bitte! Einen Applaus für Thies! In der neunten Klasse sind wir ja zu uns gekommen, in Englisch. Gab es ein bisschen Verständigungsprobleme mit dem Akzent und so. Es war manchmal ziemlich witzig. Nee, auf jeden Fall, bei Ihnen wussten wir ja nicht wirklich, was wir Ihnen irgendwie besorgen sollen. Und da Sie uns immer von Ihrer Frau erzählt haben und wir dachten, vielleicht gehen Sie mal gern mit der essen oder so, haben wir einen Sparschwein für Sie gekauft und ein bisschen Geld drin. Wir wussten halt leider auch nicht, welche Art von Essen Sie gerne mögen. Genau welche Restaurants. Jetzt können Sie es sich aussuchen mit Ihrer Freundin oder mit Ihrer Frau gerne. Alles dasselbe. Und das ist auch noch ein Klasse-Foto. Damit Sie uns nicht vergessen. Einen Applaus bitte! So, dann bedanke ich mich natürlich erstmal recht herzlich. Auf Schwäbisch natürlich. Nee, Englisch machen wir heute nicht. Natürlich bedanke ich mich recht herzlich für das Geschenk. Auch für mich waren es zwei wunderschöne Jahre. Ich werde Euch sicher auch nicht vergessen. Schon allein deshalb, weil Ihr meine erste Abschlussklasse seid. Ja, auch Kerem werde ich nicht vergessen. Aber auch Kerem hat es geschafft. Das ist das, was zählt. Ja, waren zwei schöne Jahre. Teilweise auch anstrengende Jahre. Ja, ich muss zugeben, es gab Stunden, da habe ich gedacht, Ihr raubt mir den letzten Tag auch noch. Aber dann gab es wieder andere Stunden, die wunderschön waren. Landcamp war für mich leider nur eine Eintragserfahrung, weil ich am nächsten Tag wieder in der Schule sein musste. Aber es war trotzdem ein schöner Nachmittag, den ich da mit Euch verbringen durfte. Applaus noch mal, Herr Tick. Ja, gut. Der Hamid will noch was sagen. So, das war jetzt eine kleine, ich sag jetzt mal, Gala-Verleihung hier. Wir haben aber keine Oscars verdient, sondern Geschenke. Ist ja auch mal gut. So ein Moeen kriegt man ja nicht überall. Und wir wünschen Euch noch viel Spaß bei der Show und das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.